Hallihah... Hallo? Lokal? Ja, okay. Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Eigentlich wollte ich wie immer 5 Minuten erstmal einleiten und erzählen, wer ich bin, was ich hier eigentlich mache und was wir hier eigentlich spielen, weil das hat ja bestimmt auch keiner begriffen nach immerhin über 30 Parts, die wir schon aufgenommen haben gemeinsam. Nö, aber irgendwie, das Spiel meint bei diesem Savegame direkt ein Telefonat stattfinden zu lassen, das ich nicht abbrechen kann. Also das kann ich schon abbrechen. Nee, kann ich das abbrechen? Ich glaube, ich kann es nicht mal abbrechen. Aber ich muss es annehmen. Ich kann es nicht nicht annehmen. Also ich kann nicht sagen, nein, ich bin nicht zu Hause, ich bin nicht da. Das müssen wir, das ist, glaube ich, das einzige Handygespräch, das einzige Telefongespräch, das wir annehmen müssen. Und was läuft hier eigentlich im Radio gerade für eine Kacke? Was hatte ich da denn an? Keijar West oder was war das? Nee, machen wir mal Radio X. Ja, aber wir müssen jetzt auch eine ganze Ecke fahren. Das ist eine Nebenmission, die können wir immer wieder machen. Da ruft uns der Caesar immer zwischendurch dann nochmal an und wir können uns dann eben entscheiden, ob wir diese Nebenmission tatsächlich machen wollen oder eben nicht. Nur beim ersten Mal müssen wir sie machen und danach werden wir sie auch nie wieder machen, denn die Nebenmission bringt nicht besonders viel Geld ein und dauert nur ewig lange und wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sie jetzt den ganzen Part einnehmen wird, aber auf jeden Fall eine stolze Zeit mindestens. Wir schauen aber mal eben auf die Karte. Dann können wir nämlich auch gleich sehen, wie krass das ist von der Fahrerei jetzt her. Und ich glaube, ich habe mich tatsächlich schon verfahren. Wobei, so krass ist es noch nicht. Wir können ja hier lang und dann über die Brücke. Und ja, tatsächlich müssen wir diesen roten Punkt, dieses rote Dreieck müssen wir erreichen. Das ist ein Patriotenfahrzeug. Das läuft, das fährt, also es läuft eher nicht. Es fährt hier durch die Gegend und so weiter von der Grove Street aus. Ich weiß nicht, hat es Drogen an Bord oder Geld an Bord? Irgendwas macht halt der Big Smoke. Und ich weiß auch gar nicht, wo der Big Smoke damit hin will. Ich glaube, der will bis ganz nach San Fierro. Ich habe nämlich dem Caesar gerade nicht zugehört, muss ich gestehen. Und das Patriotenfahrzeug müssen wir eben ein paar Mal rammen und dann kriegen wir ein bisschen Geld. Aber das ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Also von daher lohnt sich das überhaupt nicht. Aber, ja, ich meine, dafür kann ich jetzt dann auch mal ein bisschen erzählen und labern und, ach, keine Ahnung. Jetzt wollte ich keine Menge sagen. Das kommt daher, weil ich schon wieder so früh aufnehme. Mein Gehirn muss erst so ein bisschen anlaufen und so weiter. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen, ich bin kein Morgenmuffel, aber ich glaube, also ich bin aber absolut gar kein Morgenmuffel. Ich kann morgens aufstehen, bin gleich schon happy und so weiter. Aber dadurch, dass man dann noch nicht so viel geredet hat am Tag, ist man dann auch so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen lame im Sprachfluss, will ich mal sagen. Und hier muss ich gar nicht lang. Ich muss da nämlich tatsächlich hoch. Ja, komm, ey, Kollege, du musst jetzt hier nicht so deinen starken Mann beweisen oder so. Auf jeden Fall bleibt alles so, wie es ist. Das hat nämlich der Andreas, der hat es ja auch schon bei Frauentausch gesagt, bei Akta hat er es auch gesagt. Das wurde ja weder eingesetzt noch durchgeführt oder eingeführt noch durchgesetzt. Wie auch immer, auf jeden Fall ist es nicht da. Es ist ja nicht durchgekommen, aber darum soll es gar nicht gehen. Der Andreas hat nämlich auch stolzerweise beschlossen, dass alles so bleibt, wie es ist hier bei den GTA San Andreas Parts. Denn ich hatte ja beim letzten Mal zur Diskussion, zur Umfrage gestellt, ob ich immer nur so 15 Minuten Parts aufnehme und dann halt immer nach 15 Minuten sage, ja, okay, Kinders, Ende im Gelände. Jetzt machen wir mal kurz einen Cut. Das schauen wir uns hier beim nächsten Mal an. Diese Mission machen wir beim nächsten Mal. Da hat sich, glaube ich, einer für ausgesprochen. Der andere, der hatte auf seinen Kommentar sogar ein paar Daumen nach oben. Also der sich dagegen ausgesprochen hat, dass ich das so mache. Und der meinte dann halt auch alles so bleiben, wie es ist. Und da waren, glaube ich, auch noch zwei andere, die sowas geschrieben haben. In der Richtung, ja, ist mir ganz lieb, weil es sowieso leichter für mich. Ja, und für euch, ja, für euch ändert sich dann nichts. Und ihr habt euren Willen. Ah, scheiße, falsches Fahrzeug. Aber das ist, wie gesagt, der Kurier. Der hat ein paar Pappkartons gelagert und die müssen wir halt so ein bisschen, die brauchen wir für die nächste DHL-Lieferung, die wir halt versenden wollen. Wir sind hier Powerseller bei Ebay oder was weiß ich. Also auf jeden Fall anscheinend ganz, ganz kurios, was wir hier eigentlich haben wollen. Auch sehr, sehr schön, wie da Karl sich das Geld tatsächlich schnappt. Wir rammen das Fahrzeug, dann fällt so ein Pappkarton raus. Da ist anscheinend das Geld drin oder was weiß ich. Ja, und wir fahren einfach drüber und dann haben wir das Geld. Oder wir fahren nicht mal drüber, sondern haben einfach so das Geld. Das ist ganz, das ist ganz kurios, aber es funktioniert tatsächlich so. Und jetzt hat er sogar den Pappkarton selber zerstört. Das Geld ist quasi unsichtbar, haben wir auch gerade gesehen. Das ist total krass. Ich kann da gar nicht drauf klarkommen. Also es ist ganz, es ist ganz unfassbar, wie das hier mit dem Geld funktioniert. Ja, auf jeden Fall, schon wieder geschafft. Du kannst es jeden Montag und Freitag wieder versuchen. Wo sehen wir eigentlich die Wochentage? Ich glaube auf Tab oder so, ne? Wir haben gerade Freitag, genau. Wir haben 1800 Dollar verdient. Schauen wir mal auf unseren Kontostand. Da sehen wir, das bringt einfach mal gar nichts. Das ist total sinnlos. Und was war das denn gerade? Habt ihr gesehen, was der LKW da im Hintergrund fabriziert hat? Der hat da einen Wheelie geschlagen oder wie das heißt. Irgend so ein Skater-Trick. Wohl, warum Skater-Trick? Kann auch irgendwas anderes sein. Obwohl, nee, nee. Hört mir bloß mit Skater-Spielen auf oder so. Sonst spiele ich noch irgendwann Tony Hawk's Pro Skater 3 oder 4 oder so. Ich habe, glaube ich, mal den dritten Teil so ein bisschen gezockt. Aber da muss man so komisch mit einem Num-Pad hantieren und so weiter. Da gibt es 1000 Tasten für das ganze Spiel. So habe ich das auf jeden Fall in Erinnerung. Das war eine Steuerung. Die fand ich sogar. Die fand ich tatsächlich extremst kompliziert. Da kam ich überhaupt gar nicht drauf klar. Und wir machen gerade einen Monster-Stunt, wenn er denn klappt. Sonst landen wir gleich im Wasser. Und das ist total episch, weil wir uns irgendwie so komisch nach vorne, nach oben... Also den schaffen wir ganz knapp nicht. Oh, tatsächlich gar nicht so unknapp. Und ich wollte... Aber hat ja tatsächlich geklappt. Ist ja auch ein super Stunt gewesen. Hat ja auch voll funktioniert, wie er sollte. Wir können leider nicht die Leiter hier nach oben klettern. Tut mal leid. Äh, da müssen wir wohl hier mit dem schönen... Was ist das überhaupt? Ist das von der Polizei ein Dingens? Zeig mal an hier. Nee, doch. Küstenwache. Coastguard heißt nämlich Küstenwache übersetzt. Also das habe ich mir jetzt ganz klug hier ausgedacht. Und wie ging das jetzt hier? Warum kann ich jetzt hier nicht... Achso, ich muss ja wieder F drücken. Bin wieder bei der Sans Row 3 Steuerung, obwohl ich Sans Row 3 gar nicht gespielt habe die letzten Tage. Und was euch vielleicht nicht auffallen wird, ist nämlich folgendes, dass ich ein neues Headset benutze. Weil ich habe mir ein neues bestellt, weil das alte... Da gab es ja Aufnahmeprobleme und so weiter bei Super Mario World. Und ihr merkt davon einfach überhaupt gar nichts, weil es dasselbe in grün ist. Ich habe einfach dasselbe Headset nochmal gekauft. Das heißt, es hat genau dieselbe Aufnahmequalität. Bloß, was mich gewundert hat, ist so ein bisschen... Da stand Made in China auf der Verpackung. Ich wüsste nicht, dass es beim ersten Mal auch drauf stand. Und irgendwie ist ein Knopflose. Und was auch komisch ist... Also was auch noch komisch... Nee, das war glaube ich alles, was komisch war. Also auf jeden Fall ist es ein bisschen komisch. Und die Verpackung war typisch Made in China. Total kompliziert. Und wir haben hier gerade so ein bisschen gewackelt mit der Kamera. Das ist so ein komischer Effekt oder so. Oder ist auch kein Effekt. Das ist einfach nur dumm. Jo. Ach, ich wollte was über Astralreisen und so weiter erzählt haben. Hätte sich eben jetzt gerade super für angeboten, der Zeitpunkt. Habe ich leider nicht jetzt genutzt. Jetzt müssen wir so durch. Jetzt müssen wir aber erstmal zur Werkstatt zurück. Zur CJ-Werkstatt hier in Doherty. Oder wie das heißt. Ich glaube, man spricht es ein bisschen anders aus. Nicht ganz so behindert, wie ich es gerade gemacht habe. Auf jeden Fall werden wir dann ein bisschen uns die Werkstatt angucken. Und ich glaube, dann holen wir ein paar Lakaien für die Werkstatt. Da wird uns mit Truth behilflich sein. Denn der hat da bestimmt wieder ein paar... Ich glaube, der geht gleich wieder auch crazy ab oder so. Das habe ich auch irgendwie so in Erinnerung. Der wird ganz viele crazy Sachen sagen. Da könnte ich dann ganz viel wieder zu erzählen. Werde ich dann aber nicht tun, weil ich wieder keine Zeit habe. Weil zu viel von den anderen gequatscht wird. Und da müssen wir schon zur nächsten Mission. Und hier gibt es ja Non-Stop-Action. Also das ist ja ganz klar. Das eben war ja auch total viel Action und so. Das war ja überhaupt nicht langweilig oder so. Zum Glück. Weil wenn das langweilig gewesen wäre, dann hätten ja jetzt alle schon abgeschaltet. Und deswegen bin ich froh, dass das eben überhaupt gar nicht langweilig war. Und hier sind so ein paar komische Gang-Mitglieder. Ja, ach meine Güte. Habe ich irgendwas anderes noch machen wollen? Nö, ich glaube nicht. Wir machen jetzt Zwischensequenz. Ich halte die Fresse. Where flowers in your hair? Trage Blumen in deinem Haar, dann wirst du glücklich. Oh, aha. Und das sowieso kalt. Ja, unbedingt sogar Cesar. Da bin ich sogar mit dabei. Ich bin einfach für alle. Ich meine, wir in ein strange Ort. Wir haben schnitzelbegegen. Wir haben schnitzelbegegen. Und für once, ich versuche etwas zu machen, das Garage, und es ist nicht sogar ein Garage. Dann machen es in eine Garage. Oh, das ist eine gute Idee, Siss. Warumst du dich auf? Du bist ein verdammteres Idioten. Du hast du alles, was für nichts. Jetzt hast du etwas, und du nicht mehr wissen, was zu tun. Wir machen es gut genug. Wir helfen, richtig? we got your back CJ come on stop trippin man both of you whoa man the energy here it's fantastic oh yeah all right but how I'm upon some good mechanics to work up in here man I know a few guys come with me friend they're good people yeah come on man there's these two guys I know used to work on marine engines till the mob bought their business over in vice now they try and make ends meet by taking any old job they're a little bit dull by their habit but the smoke don't get in the way of their skills with an engine we'll pick up jethro first last I heard he was working in the garage over in east basin mafia white city und so weiter steigen in wagen white city dann spielt also white city auch vor gta san andreas genau wie gta 3 keine ahnung wird wohl so sein auf jeden fall eisbeeren kenne ich nur von der lost insel ich kann schon wieder nichts erzählen macht aber nichts jo da sind wir schon beim jeffro können wir erstmal fett auf die hupe drücken feststelltaste hey jethro hop in man i've landed you a real job hey there truth dude oh man do i owe you i swear i paid for that weed dude no man we're good i think jethro carl carl jethro what's up man can we swing by the hospital it's over in santa flora district west of here yeah you sick no the government is but that's a long story so you know like what's the deal what's the deal dude i'm open in the garage and door by the waste you know you know car mods lowriders all that shit ich die klappe gar nicht zu und dann kann ich nie was erzählen habe ich nur zwei sekunden zeit habe da eben gemerkt und dann soll es in zwei sekunden irgendwie einen satz fabrizieren der einigermaßen lustig ist damit der kommentar existent ist also das ist doch das sind doch unter solchen voraussetzungen kann ich überhaupt gar nicht arbeiten das muss ich mal ganz klar hier sagen und ich fahre gerade brandgefährlich denn ich glaube wenn wir den wagen verlieren verlieren wir bestimmt auch die mission aber ich meine ey wir haben ja eine werkstatt da können wir wahrscheinlich kostenlos alles reparieren lassen so jetzt erst mal beim krankenhaus gucken was jetzt hier passiert ja wir sind auch voll unauffällig okay okay subkutan subkutan sub heißt unter kutan weiß ich nicht neurofon neurologe macht irgendwas mit dem gehirn also gehirn phone ist ein ton gehirnton irgendwas mit unter gehirnton ja er gibt total viel sinn feststellt hat kann ich gar nicht mehr richtig reden schlimm so was mein Freund Karl hier ist in der Chop Shop Jethro ist in wie geht es dir? ja cool man ich habe ein paar Schiffe zu beachten also äh sag mir wo ihr euch sind und ich will deine Leute dort treffen ich will deine Leute dort treffen ich sehe euch später jo bis denn wette einfach die Latte was soll das denn? jetzt stoppen wir auf der Kopstation in der Nähe was? guck auf deine Mutter warum? wenn ich dir gesagt habe die Wahrscheinlichkeit ist dass du dir eine Probe auf deinen Arsch in einem Monat hör auf den Mann Mann er ist wirklich ernst über diese Scheiße wow ok aber du hast mich mit all dieser Spaceship mhm fahren wir mal zum Bullenrevier wird bestimmt nicht gefährlich sein oder so da sind bestimmt keine Bullen vor allem die nicht also jetzt keine also Stiere müssen wir da jetzt nicht erwarten ich glaube Stiere sind Bullen oder? also Bullen sind Bullen was haben Bullen und Stiere gemeinsam? haben die überhaupt was gemeinsam? das ist verschiedene Tierarten ich habe wieder keine Ahnung das ist so schlau wie meine Frage ob Krebse Krebs kriegen können denn natürlich können Krebse Krebs kriegen genauso wie auch Fische wahrscheinlich Krebs kriegen können weil Fischkrebs ist ja sehr weit weit verbreitet das weiß man ja deswegen habe ich auch explizit gefragt ob es Krebs Krebs gibt ja aber anscheinend schon hat mir irgendwer nämlich da gezwitschert gehabt ja woran soll man denn? rosa was? rosa Golfball? etwas? ja genau wiederhol dich mal was? 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 gut mit den Schlangenköpfen die Amis und so weiter doch weil Schlangen sind ja verräterische Hinterhältige und ich bin ja Anti-Amerikanist also das kommt durchaus hin und wir waren ja auch nicht auf dem Mond die Mondlüge die wurde ja gefälscht in der Wüste von Las Vegas neben Area 51 das weiß ich auch das habe ich nämlich mal auf so einer auf so einer seriösen Webseite gelesen die war in dunklen schwarz getüncht und so weiter und da stand dann auch noch ein Link zu Traumdeutung und Co und da stand auch noch ein Link ich glaube der war der war wozu war der eigentlich? ja genau zum 11. September und der Lüge davon und da waren noch ganz viele andere ganz wahre Theorien standen da bin ich mir sehr sicher also was machst du hier eigentlich Junge? mit deinem mit deinem komischen Goblin-Dingsbums Hubschrauber was soll das?